Ich möchte ein paar Worte über die Linke des Westens und China sagen und das ist keine Überraschung, dass die Linke im Westen oder überall eigentlich nicht versteht, was Freiheit ist. Und es kein Wunder ist, dass politisch die Linke wesentlich fordert China in diesem China vs. USA Konflikt. Also die Linke versteht nicht die Unabhängigkeit einer Nation, das versteht nicht weder ökonomisch noch politisch. Also das ist kein Wunder, dass eine Welt, wo die westlichen Länder nichts produzieren und alles durch China produziert ist, diese Vision der Zukunft stört nicht den linkischen Politikern. Aber das ist kein Wunder, die verstehen nicht Unabhängigkeit, die verstehen nicht die Freiheit im politischen Sinne, im philosophischen Sinne. Und wir sollten nicht überrascht sein, dass China ist von der Linke wirklich gefordert. Also die Linke vorstellt sich eine Welt, die künftig wird so funktionieren, dass die ökonomischen Eliten des Westens werden nur das Geld zählen und China wird alles produzieren. Und das, weil diese finanzielle Welt nicht so groß ist und kann nicht wirklich erweitert werden. Das heißt, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Westen wird in sehr schlechten Bedingungen künftig leben. Und, aber das stört nicht, diese Vision der Zukunft stört nicht den linkischen Politikern. Also wir können nur hoffen, dass künftig auch in China werden wir solche Verräter finden, also Verräter in der Beziehung zu China. Also zum Beispiel die Chinesen, die möchten nicht die Politik der Tyranen von Pekin fordern, sondern vielleicht mit dem Westen zusammenarbeiten und mitarbeiten. Also wir können nur hoffen und was noch möchte ich sagen dazu, dass die Linke eigentlich benimmt sich wie fast immer wie Kinder und wie Leute, die zu sich total sinnlos sind. Und deswegen denke ich, dass in einer normalen Welt die Linke werden, denke ich, psychisch hospitalisiert und nicht ernst genommen. Aber leider in der Mehrheit der westlichen Länder, wir haben eine Situation, wo die Linke herrscht. Und vor allem in Europa, das ist eigentlich besser in Nordamerika.